Guten Tag, mein Name ist Nina Schotarawa und ich arbeite als wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Übersetzungen und Dolmetschen an der Universität Heilige Kirill und Methode zu Skopje. Aus Anlass des 10. Gründungsjahres organisiert unser Lehrstuhl eine wissenschaftliche Konferenz zum Thema Sprachliche und kulturelle Interaktionen durch Übersetzungen und Dolmetschen. Hiermit möchten wir Sie herzlich dazu einladen. Besuchen Sie unsere Webseite und füllen Sie das Anmeldeformular aus. Wir freuen uns, Sie wieder hier in Skopje im September begrüßen zu dürfen.